Da draußen ist irgendwas Außerirdisches. Position unbekannt. Charter 373. Hier spricht Commander Miltz. Mein Schiff wurde von einem undokumentierten Asteroin getroffen. Position unbekannt. Habe 35 Passagiere an Bord. Position unbekannt. Auf einer Langstrecken-Erkundungsmission. Schickt Hilfe. Wir haben eine Bruchlandung auf einem unerforschten Himmelskörper gemacht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich habe eine Überlebende gefunden. Ein Kind. Die Atmosphäre ist atembar. Da draußen ist irgendwas Außerirdisches. Auf einer Die Atmosphäre ist auch auf einer Wir müssen leise sein. Leise. Und weitergehen. Wir beide werden nach Hause kommen. Nach Hause. Familie. Bereit. Untertitelung des ZDF, 2020